Und da sind wir wieder zurück bei Bugs Challenge! Oh, meine Nase ist am Kribbeln! Ich wusste eben echt nicht, was ich sagen sollte. Meine Nase war am Kribbeln. Deswegen hab ich grad so gezögert kurz. Ja, weil du bestimmt noch voll überfressen bist. Nö, nö. Ich wollt grad schon niesen wieder. So, ich guck mal ganz kurz nochmal auf den Angeln. Angeln! Ja, er ist der Angler! Und danach alles weglegen. Obwohl das dauert ja eh noch grad bis das dunkel wird. Und dann wolltest Endermen schlachten. Angel doch ein bisschen zu lange! Mach ich doch grad! Komm gut angeln! Angeln ist nervig! Weil ich das denn noch nicht gemacht hab bis jetzt. Ja. Hast du ja noch nie getan angeln. Nö. Boah, ich hab schon wieder Gas. Ganz selten gemacht hab ich jetzt. Ich hab Gas und krieg schon wieder Schiss in der Bugs. Oh. Dann warten wir noch ganz kurz wirklich bis das dunkel wird. Bowling, Bowling, Bowling. Noch weiter. Dann bereiten wir uns doch vor, erst mal die Viecher zu klatschen. Zu sterben. Weil wir ja Level 30 brauchen. Für was? Für das für zerwurte Schwert. Du brauchst für nix. Level 30. Nur ich hab schon ein Hype verwendetes. Wie viel ist da runter? Oh, geht ja noch. Nicht viel. Was denn? Ja, haltbarkeit. Ist nicht viel runter. Äh. Habe ich da? Sie ist ja Gott sei Dank. Ich hab ein Zombie-Gehirn geangelt. Ja ne, ist klar. Habe ich dein Gehirn geangelt eben oder was? Du deins. Ja. Du deins. Du deins. Ja. Hauptsache eine Aufnahme essen. Weißt du? Frechheit hier. Mhm. Ich glaube, da sind wir hier angelangt. Äh, das ist unmöglich. Meinst du, du kannst jetzt mit 160 Abonnenten das erlauben? Frechheit hier. Ja. Und das Niveau steckt doch sowieso nicht mehr. Ja, das Niveau wird noch schlechter. Das Niveau wurde schon mit Steinen angekettet ins Wasser geschmissen. Ja. Steine, Steine können singen, aber dieser Stein kann nur klingen. Bumm. 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 Du hast einen Schaden, ne? Nein. Doch. Ne. Zack, zack, das da rein, das, 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 das. Ach. Ich bin ja auch so schlau. Ja. In der Zeit, wo ich geangelt habe eben, hätte ich doch mal Fleisch braten können. Ne. Ne. Ne, wozu? Wozu? Wozu, Leute? Wozu soll man das auch machen? Das ist auch keine Berichtung für. Aber aus Lust und Laune nicht machen. So. Ähm. Die Angel, kann ich auch erstmal rein schlafen. Das wird kann da rein. 20-Tammet rein. Die Spitzhacke behalte ich. Spitzehacke! weile oben die axt kann da rein brauchen wir gerade nicht damit noch ein haltbarkeit drei und schlag 1 erreicht nur normalen bogen haben wir bei mir obwohl wir schießen fertig weil ich vier stück ja das passt dann muss ich ja wohl wieder wollte man nicht in die wüste gehen und da klatschen ist besser boah gas alter hau da mal weil das ist sonst blöd wenn man die ganzen bäume so im weg hat und am besten in die wüste gehen zum klatschen zurück zum absender das schon wieder platt trotzdem schon mal ein bisschen das erste was kommt ist jetzt sind statt 23 stück ja wenn du nicht seit du die schlägst immer kommt immer mehr ich komm so aus dem boden haben screenshot gemacht unter buchs ja aber nun mit unterboxen und einfach mal so hat jemand langweiliger das gleiche texture pack wie ich oder nicht ja vielleicht ist das vielleicht ist der skin sogar ganz selten ja das gibt es doch weiß ich nicht der buchs hat mich überbunden macht den weiß ich das ich dachte hey mr creeper kaum auf meine party ist warum wir lieber werden deine besten freunde dachte ich ja klar am arsch nein ich habe keine freunde ich habe keine freunde es also ich kann sich machen das skelett gehen jetzt kommt doch mal spinne stirbst gelassen die heute nicht ja warum schießt du bist für mich immer zurück wo ich muss essen hast du gerade schon schnitzel gegessen nein das meine ich nicht naja und dann ist das skelett mich immer schlägt ich bin sonst gleich tot ja wie weit fliege ich denn noch zurück willst du mich verarschen ja das glätte die nerven die haben sind zu aim und so overpuff gott du nicht schade okay schade das glück dass ich noch im leben das weißt du doch ich habe das talent nicht hier zu leben hey creeper oh jetzt schiebe ich auch vorbei so erstmal die richtung nein 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 nicht nur jetzt hat er schon wieder bumm gemacht bumm reduziere die zombies noch auf ihre leichtigkeit netter warzen naja wie warst tot netter warst netter warst bin sind auch eigentlich hh ja es wird da sind die einzelnen die nerven glätt verpist sich das ist aber nicht und körper wenn du nicht schnell genug bist mich verarschen das scheiß skelett doch das müsste ich ja echt mit leid auf das nächste wird schwitzschwitz du weißt taschenlampe aus doch getroffen so ich bin gleich dafür 30 und ich gehe mal wieder zurück okay wo muss ich das unterwegs hier muss ich lang das ist gut meine fresse gedeckt das schafft und er ist immer rechts die fackel sitzen haben wir schafft gekriegt so also ich kann sie auch gleich zwei stück wieso nicht hier ist eine truhe was ist denn da an der weichern dran mein schwert ist kaputt hier muss ich lang kann dann da so viele feile schon im körper stecken das sieht gut aus screenshot haupt soll man screenshot machen hast du keine truhe alle viele toni momentan sind ja ne level 30 diamanten sattel goldeisen find's alles aber schon wieder eine goldrüstung jetzt darf ich noch nicht sterben doch nein please die mit feuerzeug endermann hey mr endermann komm auf meine party stell dir meine freunde vor wir haben jetzt schon wieder neuneinhalb minuten baum wo muss ich in der männern da müssen wir jetzt hier aber ich könnte auch hier nochmal lang gehen keine gegner keine gegner ne hier ist auch nix das haben wir oben gehabt nachher oben ging es nur noch da lang ich habe endermann geschlagen uuuuuh du bist jetzt ein ganz harter junge da bist du ja da bist du ja eine goldene fährte rüstung schon wieder ein speiler speilerei spiederei und noch neun oh ne diamantrüstung und ne goldrüstung schon wieder fette sache hey endermann ehende gelände bevor ich sterbe heute nicht heute sterbe ich nicht und jetzt gehe ich schlafen und nachher schnell hierzu und gute nacht und wir aus dem bett gefallen wir haben alle so da muss ich lang dann da dann aufpassen dass da nicht jemand küber gleich kommt hoffentlich ich sag ja nur bekloppten projekt ne bin ich gerade dabei und dann boom aber ich gönnste ja ja du gönnst mir immer ist klar ach hi mini big man zombie rückstoß 2 schärfe 3 oh auf level 30 ja haha super ausbeite hehehe toll komm gut größe dich aber wir sterben schneller jetzt ich kann nicht schneller wieder in ep fahren war echt auf level 30 so ein bisschen arm level 30 naja ich hatte schärfe schärfe 3 pönderung 2 und die haltbarkeit glaube ich ja das ist ja immer das das war ja das war war einmal schwert zufällig ist ja dann war ich war einmal schwert wo ich mich so kaputt gelacht habe hm eine inderperle glückwunsch ja danke nicht danke du schneekönig alter hehehe muss ich jetzt auch irgendwie verstehen oder nö musst du nicht aber klar dann lass mal scheiße laufen von mir hm hm ist auch nichts neues ja auch nirgst du flinst ne nö ach doch da ein stück hast du was brauchst du denn pfeile machen ach so da ist man ein paar äh holz ok ja ich hatte ja holzarmut irgendwie ne war das so ja das aber auch also noch in diesem sinne ist nichts neues bei dir und ich weiß genau wie bei dir ne ich hab immer mal dabei schokolade äh wie ging die feile denn nochmal äh mit ner feder vielleicht noch ja ich weiß äh oben den flint stick in der mitte ach hab ich schon diagonal anordnen wäre noch so ein fur zusätzlich ja hab ich schon hab ich schon gemacht scha schon geschafft ach so hast du schon ja ja mädchen ok mädchen weißt dass ich ne junge bin nein das weißt du nicht hm ach komm ich nehme den bogen mit haltbarkeiten mit hm 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 ja natic penal der konGrase dieser tre Option kann euch da hast ja hinter mir wo das wird ja mal lauter voll auf dem rohr nervvoll was ist der und er hat geschossen in garsten sicht des anblickes ich sehe den nicht ich weiß es nicht folge sechs ende dann bleibe ich aus dem portal mal raus und dann bis zum nächsten mal leute tschüss